Hallo, ich bin der Nurel Molchow vom Neni und wir befinden uns gerade am Wiener Naschmarkt. Vor allem Sonntag sieht man hier sehr viel Kunst auf der Straße, nämlich Street Art. Und Street Art ist etwas, das uns verbindet mit dem Künstler, der momentan in der Albertina ausstellt, Keith Haring. Er hat auf der Straße angefangen, hat in New York in den 80ern mit Kreide in den U-Bahn-Schächten gezeichnet und seine Kunst den öffentlichen Raum geschenkt. Er ist ein Künstler, der die Brücke geschafft hat, von der Straße in die Galerie. Und vor allem Sonntag sieht man hier sehr viele Künstler, die genau das auch machen, ihre Kunst den öffentlichen Raum schenken, mit der Hoffnung auch eines Tages in der Galerie ausgestellt zu werden. Ich hoffe, ihr schaut in der Albertina vorbei und genießt die Werke von Keith Haring. scrape їх an eines Tages in der exatamente determined Sch Tighter in die Liebe und zwei können zum Erbungsgeräuschen werden. Bis zum nächsten Mal. Also und viel because of Brenoralautas zu be